so ich bin gerade auf dem weg zu einer quest und ich wollte euch einfach mal zeigen wie toll es aussehen kann wenn man auch fliegende pferde in einem mmo hat ich befürchte allerdings dass die doch jetzt hat sie keinen lust mehr und hat sich weg teleportiert so einfach kann es gehen und damit hallo und herzlich willkommen zurück in der letzten folge waren wir ja auf der jagd nach den ostereiern ich habe vergessen wo es jetzt gewesen ist auf jeden fall nicht hier in den morelands aber da gab es ja einen hinweis dass es überall ostereier gibt und ich habe keine ahnung wie man an diese komischen pappdinger hier kommt die irgendwie jeder auf dem gesicht hängen hat aber egal ich möchte auf jeden fall jetzt erstmal unsere questreihe weiter fortsetzen und zwar reden wir dafür noch mal mit maya susanne also im ernst das hier ist die reinste katastrophe aha eine mega katastrophe ich wusste ja dass links ein aufgewecktes pferd ist aber damit hatte ich nicht gerechnet entschuldige susanne du hast ja keine ahnung was passiert ist links ist verschwunden schon wieder links war etwas ungeduldig als er mit seinen neuen hufeisen zurückgekommen ist also habe ich ihnen einen moment draußen gelassen aber eines der steilmädchen brauchte meine hilfe und eins kann ich dir sagen man kann links keine sekunde aus den augen lassen aber da war es natürlich schon zu spät links war verschwunden wie vom erdboden wie soll ich ihn denn finden ich kann überall hingelaufen sein was mache ich nur was soll ich denn meiner cousine sagen hey also nur dass du es weißt aber ich habe dein pferd verloren das geht doch nicht sie wird nie wieder ein wort mit mir reden und nein und nein und nein was du willst mir helfen ihn zu finden also du bist echt die beste hast du eine idee wo wir anfangen sollen gute idee die anderen zu fragen jemand muss ihn schließlich gesehen haben okay wir teilen uns auf und treffen uns dann wieder hier für fünf schilling na gut okay also wir fragen einfach mal alle die hier rumstehen halt stopp wieso kann ich denn jetzt hier die die ostereier nehmen warum fragst du mich aber die osterereier die war noch gerade hier so komisch muss ich jetzt nicht verstehen als ob man die nehmen konnte na ja so da hinten ist es so komisch am leuchten es tut mir leid aber ich habe nichts gesehen okay dann schauen wir mal weil die kreise die sind hier so ein bisschen nicht ganz so eindeutig finde ich aber da hinten ist noch jemand hat auch nichts gesehen ach wir müssen die ganzen stein mädchen hier fragen verstehen die hat leider auch nichts gesehen loretta hat auch nichts gesehen kann ich da hinten noch rum sieht so aus mit dem ja genau mit ihm können wir sprechen ein pferd das verschwand anforderungen erfüllt okay also niemand hat was gesehen das ist natürlich schlecht aber wir reiten jetzt noch mal zurück um ihr das zu sagen okay also hat niemand was gesehen das hat uns ja nicht wirklich geholfen ja finde ich auch was machen wir nun keiner scheint etwas gesehen zu haben wie kann man ein entlaufendes pferd nicht sehen oder ich habe es ja auch aus den augen verloren aber trotzdem irgendjemand muss es gesehen haben du hast eine idee sagst du super idee susanne dass ich selber nicht daran gedacht habe wir sehen nach ob wir hufabdrücke von links finden nachdem er doch neue hufeisen hat wird es leichter sein seine abdrücke zu erkennen okay machen wir das also hier haben wir schon mal welche nichts interessiert ach so das sind keine fuß keine hufabdrücke oder vielleicht sind es hufabdrücke aber nicht von ihnen nein oh aber ich habe herausgefunden ah ich habe aber herausgefunden wo man die masken herbekommt sehe ich gerade gekochtes ei item okay äh ja nein da muss man jetzt genau teilen wo man drauf drückt auch nichts interessantes da vorne nichts interessantes glaube ich gefunden aber wir gucken noch mal kurz hier im shop nach ne da scheint auch nichts gutes drin zu sein ich habe nur gedacht weil jetzt gerade ein osterei drin war oh moment du hast hufspuren am boden gefunden sie sehen anders aus als die anderen können sie möglicherweise von lügens sein das will ich hoffen du bist hier nicht ganz sicher aber es lohnt sich wohl diese spur zu verfolgen wie maya gesagt hat unterscheidet sie sich von den anderen okay dann machen wir das doch ah 25 müssen wir auch spüren okay halt stopp 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 wo sind wir jetzt hingelaufen da wo könnte lügens nur hingelaufen sein oh nein er ist nach port winter gelaufen port winter habe ich das ist gerade gesagt ich meinte natürlich fort winter warum ist das pferd denn links rechts gelaufen so geht das aber nicht hier ach da steht der gute alte lügens hallo lügens was machst du denn hier du hast links gefunden er guckt dich etwas schälen an er starrt dich an und hat offensichtlich kein großes interesse dir zu folgen ja das hatte ich schon fast befürchtet ja ja blende das aus blende das aus doch so okay so wie alle sagen scheint lügens ein sehr stures ungezogenes und lebhaftes pferd zu sein zucker wird nicht ausreichen um ihn zurückzulocken was solltest du tun er sieht dich an und plötzlich weißt du es um lügens zurück zum stall zu bringen müsst ihr gegeneinander antreten ein pferd wie lügens liebt die herausforderung und würde zu einem rennen nicht nein sagen du und sunny princess macht euch bereit wer ist schneller ihr oder lügens wer ist als erstes beim stall lügens schnaubt eifrig er ist bereit für die herausforderung bist du auch bereit ja klar die frage ist nur ob wir das jetzt auch schaffen müssen als erstes dahin zu reiten reite komm los was blöde ist dass man nicht genau weiß wo die auftauchen die pfeile ah das schaffen wir definitiv nicht vor ihm da zu sein oh 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 er läuft da rum muss ich da auch rum äh ne ich schätze ich hätte da rein gemusst oder ja toll er ist doch direkt zum stall gelaufen ich denke ich soll ihm hinterher laufen was ist denn für blödsinn jetzt lauf endlich warum drehe ich so oft das Rad also es kann natürlich sein dass wir hinten links rum müssen was dann ziemlich dämlich wäre weil da nämlich kein pfeil nach links gezeigt hat aber es kann natürlich sein wird wahrscheinlich auch so sein oder auch nicht da ist doch keiner mehr wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was ich darf nicht links rum ich darf nicht rechts rum das verstehe ich jetzt überhaupt nicht ganz ehrlich äh und mit der Maya kann ich jetzt auch nicht mehr sprechen oder wie muss ich jetzt immer um das zu machen zu dem links rüber reiten das wäre natürlich dämlich es ist ja okay wenn das so eine tägliche aufgabe ist aber es ist jetzt irgendwie sehr blöd gemacht vor allen dingen weil man ja nicht weiß wo man hin soll oder es ist einfach nur verbuggt und der letzte pfeil fehlt oder war das der letzte pfeil und es ist so verbuggt dass man einfach nicht weiter kommt in dem moment das kann natürlich auch sein alles andere wäre jetzt total unlogisch ja er steht hier also entweder ist es wirklich so eine tägliche aufgabe hallo entweder ist es wirklich so eine tägliche aufgabe oder ich weiß es nicht genau gut ich war jetzt nicht als erster zurück bei den stellen aber das kann ich ja auch nicht mein pferd ist nun mal nicht so schnell und da kannst du das rad drehen wie du willst dann macht der direkt einen schnellstart hier das ist wirklich mehr als seltsam und das ist ja nun mal der direkte weg auch dahin ach hier aha ah ok 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 jetzt können wir abschließen wow was für ein tempo ich konnte den fadwind spüren als er hier hinein gestürmt kam danke dass du links gefunden und zurückgebracht hast nun werde ich besser auf ihn aufpassen als dank für deine hilfe sollst du das hier haben ich habe es von meiner cousine bekommen und du hast es dir echt verdient nun muss ich weiter arbeiten wir sehen uns ich habe schuhe bekommen und zwar ganz komische tierisch dünne gelbe ok die werden wir erstmal los indem wir die erstmal hier rein tun in den stall wo sollst du da reingehen so ich glaube hier hatte ich die erstmal drin die sachen genau schuhe die können wir schon mal weg tun die können wir auch weg tun ja da weiß ich überhaupt nicht was das sein soll das geht wahrscheinlich unter items hier rein also was es sein soll es sind bonbons so viel habe ich schon verstanden das wollte ich erstmal drin lassen das wollte ich glaube ich wegen dem outfit drin lassen wenn ich mich mal umziehe oder so ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau ok sattel jetzt endlich auf hallo so kommt hier kein sattel ah endlich so ich würde sagen ich würde sagen ich habe die uhr jetzt gerade nicht so im blick aber ich würde sagen dass wir dann damit für die heutige episode aufhören und dass wir uns dann in der nächsten episode wiedersehen bis dann ciao 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 ciao